so da sind wir wieder und ja morgen wir haben erst überlegt doch keine folge mehr aufzunehmen weil wir nur 4000 daumen nach oben bekommen haben aber na gut das kann ja passieren machen wir trotzdem wir machen es trotzdem für euch so lustigerweise habe ich vergessen schon wieder für eine map abzustimmen und hatte nur einer insgesamt abgestimmt ich weiß gar nicht wie man das abstimmen kann da steht irgendwo unten aber ja bei dieser bevor dieser bildschirm kommt da steht dann unten so abstimmen und so okay ich weiß gar nicht wen soll ich denn diesmal nehmen ich finde diesen zylinder typen ja ganz lustig ja ja der hat eine geile brille aber ich sollte ja auch nicht sagen wenn ich nehme ja ach man der hat eine brille deswegen nehme ich ihn mal eine brille hat das ist ganz wichtig so können auch meinen gleichen charakter nehmen ich weiß nicht also ich sehe immer keine da naja aber wir können es ja nächstes mal einfach probieren ja so und die runde geht los anscheinend so die map auf der map habe ich das tutorial gespielt und das ist mir aber mega auf den sack gegangen ist tutorial weil es einfach ultra langweilig war ja aber die map die map finde ich ganz gut aber aber das bei allen dingen weil man hier auch gut versteckt irgendwie man töten kann aber aber das tutorial war einfach ultra langweilig und ich wollte die gerade töten und dann werde ich getötet scheiße ach man ist natürlich nervig mhm so ich habe irgendwie jetzt schon das schlechte gefühl dass die ähm ach scheiße weil ultra in der öffentlichkeit machst du das habe ich dich gerade getötet ne ne amended nö ne ach ok mach ne ich dachte du bist schon wieder die frau ne hätte hier noch mal nen ausschnitt gucken können ich hätte nur durch noch ne folge und clickbait gehabt hie joining ich find ihr einfach nicht ach man Ach man Jetzt habe ich sie Inkognito, nice Da gab es ordentlich Punkte für, jetzt bin ich erster, nice Einmal in Kognito töten und du kriegst einfach ultra die Punkte Ja, geht doch Und ja, gut, ich hatte noch keinen Auftrag Wenn man keinen Auftrag hat, dann ist es einfach unfair, wenn man dann getötet wird Aber naja, bin erster, ne, doch nicht, bin zweiter Aber diesmal ist es ein bisschen knapper, also oben Bei dir so, eher nicht Ich gehe mal oben ein bisschen um die, ach ne, da geht die Map gar nicht weiter Ich finde es doof, also ich finde die Maps sind ein bisschen klein Ich finde so, Overwatch-Größe sollten die schon mindestens haben Na gut, ich denke nicht, dass die daran noch groß was ändern Na, das Spiel ist schon Na, das ist ja sechs Jahre alt Deswegen werden die, auch die Maps da nicht mehr groß ändern Ich bin aber wieder erster, also läuft gerade Aha Und natürlich Ich habe einen neuen Verfolger Genau, wo ich Ach so, ja, wenn ich, na klar, wenn ich die anderen renne, dann kriege ich Mh, Mann Hätte ich hier nochmal nicht angerannt Hätte ich so gern getötet Schade Ich glaube, ich habe dich noch gar nicht gesehen in dem Spiel Ne, ich dich aber auch noch nicht Aber ich hatte dich gerade drauf auf dem Wurde halt davor getötet, leider Auftrag verloren Das dauert immer so lange, bis man einen neuen Spieler zum töten kriegt Das ist ein bisschen Bisschen ätzend Sie haben einen neuen Verfolger Ja, das dauert immer Ich hätte auch mal gerne einen neuen, den ich angreifen kann Ja, und klar Schon wieder der Ist halt mega unfair Ich habe noch nicht mal einen, den ich verfolgen kann Und der darf mich schon töten, weißt du Das ist noch ein bisschen, was daran kann noch gearbeitet werden So Inkognito Mitten auf der Straße getötet, aber Hauptsache inkognito Nein Och Mann, ich war gerade am Verfolger Ja, das war's dann für dich Achso, das warst du Als Org Aber ich bin immer noch, ich bin schon wieder fünfter Ach Mann Aber ich habe schon 600 Punkte, das war mehr als letzte Folge Ich habe 1950 Ähm So Ah, du hast den gekillt Und ich habe mal wieder keinen neuen Auftrag Deswegen renne ich mal lieber weg Eine Frau soll ich jetzt machen Ich habe einen neuen Verfolger, interessant Da ist die Frau Ich könnte ihn natürlich auch mal markieren, ja Das geht doch irgendwie irgendwie mit Ich weiß nicht, aber irgendwie geht es halt Scheiß drauf nicht Nicht viele Punkte, aber ich habe welche Darum geht es doch an den Spiel Ja, das war klar, das war klar Man kann hier Würde man sich wenigstens wehren können, wenn mich einer angreift, weißt du Das wäre schön Das würde mich mit inneren Glücke erfüllen Weiß nicht, ich habe irgendwie 60 FPS in den Zwischenzählen Aber 30 FPS im Game Das muss ich nicht verstehen, oder? Ja Okay, ist jetzt auch nicht schlimm Ist jetzt nichts, was so schlimm stört Aber wäre halt auch schön, wenn es andersrum wäre Ach Mann Ich habe einen neuen Verfolger und ich habe das Gefühl, dass mein neuer Verfolger mich verfolgt Ne, tut er nicht Das, 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 das ist, das ist unmissig Ich habe das Gefühl, dass du der neue Verfolger bist, oder? Ne, wirst du nicht Ne, ich habe gerade einen Zivilisten getötet, einfach so Ach so, ja, kann man ja mal Stört ja niemanden Außer den Zivilisten Und diesmal habe ich direkt einen, aha Habe ich direkt den auf dem Radar Das gefällt mir natürlich Mann Alter Ich wollte dich gerade töten, da wurdest du getötet Das ist natürlich immer herzend Der hat mich übel mit der Axt ins Gesicht gehauen, Alter Der ist ja böse Der hat voll mit der Schippe ins Gesicht gehauen Mami, was soll ich denn da machen? Roll eine Zeitung zusammen und gebe ich eins auf die Schnauze Du rennst zu viel Du bist zu auffällig Du kannst dich auch auf die Bank setzen Hallo Ja, das war ich Ja, ich weiß Ich wollte dich gerade töten Ich habe aber gleichzeitig Den getötet, den ich haben musste Nicht mal gewollt Ah, schön für dich, ich aber nicht Mann Ah, man kann sich hier hinsetzen Das ist geil Nice Jetzt habe ich 60 FPS Jetzt habe ich über 30 Jetzt habe ich über 60 Was war denn das? Das ist falsch Ja, habe ich mir schon gedacht Ach man Na gut, dann bist du wenigstens mal nicht letzter Und ich mit meinem 4100 Punkten erster Das freut mich natürlich Du kannst echt nicht so viel rumrennen und so Das ist halt mega auffällig Auftrag verloren Ah, verdammt So, ich habe schon wieder die Ja, und ich werde gerade getötet, glaube ich Ja, und jetzt Ah, verdammt Bist du das hier? Das besauert du, oder? Ne, ich bin gerade tot Achso, gut, gut Ich hatte schon Angst Bin tatsächlich High Level, ja Trotzdem nicht so gut Ich habe schon wieder die Frau, alter Die ist, äh Als ob Ach man, ja, wenigstens nur betäubt Du rennst zu viel rum Ganz klar Na, ich habe die aber gekriegt Los, los Ja Der hat mich auch gekriegt 3 Sekunden, ja Ja, ich werde erster Scheiße Im letzten Moment nochmal getötet, aber Sie sind erster Nice Geil Sehr schön Und du letzter Ja, ich habe wesentlich mehr Punkte Aber 1300, ja Du musst halt die nur noch besser umsetzen Von Anfang an vielleicht mal mehr Punkte Ja Ja Aber sonst Wirst du schon besser So Bin jetzt auch Level 6 Level 7 Ich habe einfach 2 Ja, ich müsste jetzt Ich bin 7,5 Also Level 3 So Ding,5 Und jetzt kannst du abstimmen Und über Beenden steht Stimme Stimmen So Und da können wir jetzt abstimmen Wollen wir die letzte Map Ne, wir nehmen die erste, oder? Animus Kern Würde ich sagen, oder? Also ich nehme auf jeden Fall Animus Kern Ja Nehme ich auch Sehr schön Die sieht nice aus Ist die, die wir vorhin hatten Wo wir gesagt haben Die passt dann wirklich richtig in das Spiel rein Ah ja, genau Ja So Und die wird es auch Nice Haben auch nur 2 abgestimmt Ja, 2 von 3 Stimmen Lass mal probieren Den gleichen Charakter zu nehmen Lass mal die zweite nehmen Diese Frau Diese, diese Indianerin Diese Frau, die Indianerin Ja Ja, genau Na, ich kann die nicht nehmen Achso, okay Geht echt in jeder Charakter einmal Das ist ja interessant Ich will jetzt ja auch nicht Indianerin Indianerin Ach Mann Aber es Man wird besser, ja Man wird besser Ja, die Übung macht's Die Übung macht's Ja, auf jeden Fall In 30 Minuten nehmen wir schon auf Wird mal wieder so eine lange Folge Ja Ja, weil die Ladebildschirme Immer so Ja, die Ladebildschirme Ja gut, aber man muss doch immer Erstmal ein paar Spieler finden Wir sind gerade nur zu viert Wenn jetzt noch einer aussteigt Können wir nochmal warten Ja Ja Na, wir brauchen Ne, wir brauchen sogar noch einen Da zu viert Ja Na, wenn wir schon vier Leute werden Dann bräuchten wir zum Beispiel Nicht so viele Suchen wir zu dritt, ja Aber naja Müssen wir nicht leben Aber es geht los Finden und eliminieren Sie die vorgewiesenen Ziele Ohne von anderen Spielern getötet zu werden So Aber diese Map gefällt mir tatsächlich richtig gut Ja, die ist, ja Ja, ich finde halt hier kann man sich relativ gut bewegen und so Ja, das stimmt Ich finde halt vom Spielerischen ist das die beste Map Hat durch diese Einfachheit Aber, ähm Aber so vom Aussehen ist jetzt nicht die hübscheste Ist natürlich auch hübsch So mit diesen Häusern, die zur Hälfte aufgebaut sind und so Muss man nach außen gucken Da sind halt Häuser, da sind halt teilweise richtig alte Städte Und aber halt Der Animus so Der ist dann halt noch Das ist ganz hübsch eigentlich Ja Muss man mögen Ja, aber ich muss sagen Ich kenne die Map-Shop ganz gut, ja, also Ja, du weißt jetzt wo oben ist, wo's unten ist Was, das gibt's nur unten? Ich hab die ganze Zeit im Fall schon verfolgt Und ich wurde getötet Von mir Ich bin tatsächlich diesmal der Ach, das bist du, okay Jetzt weiß ich, du bist der Zylindertyp, ja Ja, ich wollte auch mal den mit der Brille nehmen, der ist, ähm Naja, mhm Ich finde das so von den Waffen und so gar nicht so schlecht Ja, aber die Waffen sind doch bei denen Bei denen immer die gleichen Ja, also nein, sie haben andere Waffen Aber ich denke, sie sind so vom spielerischen sehr ausgeglichen Ich denke, die machen keinen großen Unterschied Achso Aber vielleicht kann man halt mit den einen Charakteren besser spielen oder so Aber ich denke, es ist einfach nur das Aussehen, dass man sich halt besser unterscheiden kann Ja Ach, verdammt Ich krieg schon mir das Kotz hin, ich krieg die ja immer nicht Ah, sehr schön Und ich werde dabei auch getötet Alter, das wäre ja nice, der hat mich gegen die Wand gerissen Das ist nice Das war ein schöner Kill Und jetzt bist du wieder Letzter Ah, also Ah, du findest mich nicht Nö, ich finde dich bestimmt nicht, aber ich hab dir auch nicht auf dem Radar, aber Achso Bist halt trotzdem Letzter, ne Hast du mich etwa auf dem Radar? Ne, jetzt hab ich grad keinen, ich hab grad verloren Auftrag Okay Ist natürlich gut für mich, ja 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 Ja, wo ist denn die? Da oben Ich hab's denn Ach, verdammt Da oben steht sie, Mann Lass mich hoch Danke Ich hoffe, dass die um die Ecke rennt Das wäre natürlich fantastisch Ah, sehr schön Okay Ich krieg aber auch immer nur diese Frau auf dem Radar Ja, oder wird halt mal getötet Von dir Hä, bei mir stand grad, du bist offline gegangen Nö, nö Nö, nö, nö Eigentlich ja nicht Ich hab mich, ich hab mich getarnt Ach Mann Ich bin nur auf diskret Übrigens, wenn man rennt, dann Ah ja, ähm, wenn man rennt, dann geht die, ähm, dann geht diese Anzeige zurück, ja Deswegen Ja, ich weiß Ja Aber jetzt hab ich schwer, hier sind Ah nee, das sind die gar nicht Alter, ist das unfair Ah, das ist bestimmt der, der da unten sitzt, oder wie Ah nee, der da ist es Inkognito los Sehr schön Ah Mann, nö Nöcht's weiter Aha, aha, aha Wem musst du gerade machen? Ah, jetzt hab ich auch Inkognito, 450 Kannst du mal sehen Nö, inkognito bringt viel Ja Aber ich muss schon wieder dieselbe machen wie eben Wo ist diesmal jemand anders, Ma? Mich? Ich weiß nicht, vielleicht Ich kann nicht so gut lesen Scheiße, hab dich aber verloren, schade Mano Ah, so ein anderer hat mich gekillt Ich bin nur noch vierter, was ist denn hier los? Und du bist nicht letzter, du bist vor mir diesmal Gibt's da nicht Ich bin vor dir? Ja Krass Das ist, das ist legendär Das ist legendär Oder legen Warte kurz Der So Wann ist hier denn eine Tür? Ich benutze die einfach mal Ah, okay Aber die geht hier gleich wieder raus Na gut, egal Jetzt haben wir sie ihn dann Da oben ist er Ich hab ihn Auftrag verloren Scheiße Wo müssen denn immer alle sterben, bei denen ich gerade dran bin? Ich glaube, du wirst diesmal noch vor mir Ist nicht so meine Runde Ich hab auch derzeit keinen Auftrag, dummerweise Natürlich ganz schön, wenn du ein Auftrag wärst Ich geh einfach nicht Ich lauf grad so hinter dir und dann steht auf einmal Auftrag Pascal Genau das wird da stehen, Auftrag Pascal Fühlte den, mit dem du gerade am nächsten auf dem TS bist Alter, ich krieg einfach keinen neuen Auftrag Ach, das kann er nicht Und jetzt hab ich einen neuen Auftrag bekommen Der, der dich gerade getötet hat Ich hab Rache für dich genommen Ah, hast ihn gekillt? Naja, ich hab ihn gekillt, nachdem er dich kam Sehr schön Ich bin ja ein kleiner Rachenehmer Bin das jetzt drauf? Immer noch dieselbe Ich find die einfach nicht Jetzt, jetzt müsste sie Ah Ah, da ist er doch Ach, der war hinter mir Ich hab gerade geguckt, wo er ist denn Ja, sehr schön 450, hast du ja lange gewartet Ich bin dir die ganze Zeit hinterher gerannt Tatsächlich Also, beziehungsweise ich hab dich die ganze Zeit gesucht Du warst immer blau bei mir Und dann irgendwann so nach So nach bestimmter Minute Hab ich dich dann gefunden Und dann Hab ich natürlich exzessiv Hab ich dich verfolgt Dann bist du ja auch stehen geblieben Ja, dann warst du ja keine Herausforderung mehr Ah, sehr schön Ja So, aber diesmal hab ich tatsächlich Dieses Vibesbild hier auf dem Radar Und ich find die immer nicht Ah, die ist einfach Die hab ich auch schon aufgekriegt Ja, die heißt ja auch nur Irgendwas mit Gast Also Naja, aber Manu, 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 manu Nein Ach, Mann Oh, hast du gerade getötet oder wie? Naja, nur betäubt Aber damit hab ich einen anderen Auftrag Jetzt krieg ich keinen Fröhliche Weihnacht überall Töntest durch die Lüfte Froher Schein Weihnachtsbaum Ach, Mann Du musst das nächste Mal vorher ankündigen Dann weiß ich das Du kündigst es auch nie an Hab schon auch genug Ja, nur deine kündigst Ah, Mann Ah, bin Zweiter Sehr schön Ja, jetzt bin ich nur noch Dritter Toll Ja, du bist Dritter, sei doch froh Wo bist denn du? Wo bist denn du? Hier bin ich Hey, 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 hey Hey, hey, lass mich Scheiße Nein, 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 nein Alter, nein Ich bin Zweiter geworden Ha Oh nein, du hattest mir gefehlt Ja Verdammt Nice Ach, Mann Geil Ah, los, wir sind beide drin Ist doch nice Ja, das ist Das ist nice Endlich mal Und was ist doch besser, ja? 2000 ist ja schon ordentlich Und ich nur ein Zweiter und 200 Hättest du mich noch gemacht, wär ich Dritter geworden Ja, denn, ja Tja Ah, nee, dann hätt ich bloß 100 Den krieg ich wieder gerannt Wär ich nicht weggerannt, denn wär's kritisch geworden, ne? Äh, schade Naja Naja Sehr schön So, haben wir auch schon mit 24 Minuten um Ich würd mal sagen Hier mein Level aufstiegen, machen wir noch mit So, ähm, also von mir erstmal danke fürs dabei sein und so Wie ihr wisst, diesmal 6000 Daumen nach oben bitte Und dann Bis zum nächsten Mal Haut rein, ciao Tschüssi